Was ist denn da wieder? Irgendwann ist doch stört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Wir sind locker unterwegs mit einer neuen Runde Rekruten-Troll. Wieder zusammen mit Nico, Stefan, Erik und Felix. So, was nehmen wir denn? Na, Rekruten-Troll. Toll. Deutsche Pumpe. Deutsche Pumpe, okay. Sprengladung, also Sprengmatten und äh... Splitter. Hab ich. Echt Pumpe? Ja, Mann. Ich find's heute nicht. Naja, ich bin so froh das. Na gut. Schiller läuft voran. Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Gut gemacht. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Ich hab mir nicht die Deutsche gefunden. So. Nico, die will ich mal nicht. Boah. Jetzt ist es mega. Jetzt ist ein Rekruten-Troll. Das ist nur Troll. Ah, danke. 10 Sekunden bis Einsatz. Einsatz in 5 Sekunden. Ah, dann. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Erich wollte gleich zu dir Fortnite-Zocken kommen. Ich hör den gar nicht. Du Dreck, Alter. Fliegst du einfach runter, vielleicht fühlen wir dabei. Du Dreckst nicht weg, das ist logisch. Geht's, Felix? Ja, da kann er sein. Ich hab auch noch eine Links. Ja, ich hab auch eine Granate reingebaut. Ich darf eine Splittergranate. Ich würde da wieder schicken. Irgendwas zerstört. Oh, 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 oh. Da hinten, Papa. Ich lade Munition nach. Da hinten? Bist du im Raum noch jemand? Da. Da, ich hole noch. Tschüss. Nein. Alter, was war denn hier los? Sehr geil. Der wollte nicht sterben. Der war lucky. Der wollte nicht sterben. So, was nehmen wir? Ich bleib bei der Deutschen. Ich bleib bei der Deutschen. Ich bleib bei Deutsch. Starren Rad und Nitro. Ne, ich... Nehm... Die MP7 mit. Äh, hau ja schon. Scheiß drauf. Pumpe. Das sieht doch mal gut aus. Jetzt hab ich die richtige Bumpe. Den Raum, die müssen den Biogefahrgutbehälter finden. Die kriegen hier doch nie im Leben alle Wände zu. Was? Nicht im Raum. Was? Nicht im Raum. Ach so. Was werden wir? Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Platziere C4! Oh! Ich dachte schnell. Ich hatte nur so in den Randhörer. Wie ist das immer allein? Das ist schuldig. Lass das schnell in Nordisten ohne. Zehn Sekunden noch. Gerad aufgelegt. Die Drohne der Gartenhörer? Fünf Sekunden. Oh! Beschütten den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Ich bin fertig mit dem Draht. Noch mehr Stacheldraht ist nicht genug. Ich hab keinen mehr. Da muss noch mehr. Hier liegen jetzt mindestens vier oder fünf Stacheldraht. Dinger. Oh, bitte. Oh, dieses C4, ja nie. Oben am Drop. Achtung, Granate. Geht gleich hoch. Oh, bei dir ist einer Felix. Oh, ja. Oh, ja. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiter. Das verletzt sie, der Gegner. Der Behälter zu sichern. Der Behälter zu sichern. Sie haben den Behälter zu sichern eingestellt. Sind sie noch da? Da war eine Abflacherei, ja da. Links kommen welche. Äh, ich sitze in den Raum da unten. Von rechts. Stell die. Da ist es dabei und Monte. Da sitzt sie hinterm Schreibtisch. Hup! 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 Verletzt! Ein Gegner verbleiben. Alter, wer stellt sich denn da als vor mich? Hup! 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 Es wird bei der ne Runde, kommt. Easy Jungs. Easy. Also wir füllen jetzt 2-0. Wollen wir nicht doch nochmal Pumpe nehmen und einfach rein Rushen? Ne. Deutsche Pumpe. Die ganze Zeit schon was ist los? Deutsche Pumpe, Splittergranate, Sprengmatten. Weil ich würde das Ding jetzt gern 3-0 gewinnen. Bin ich ehrlich? Ja, sauber. so auf geht's okay habe ich ja eine deutsche pumpe übrigens ja okay die haben gar keine lösung das nächste mal frag ich ihn einfach wo das ding ist ich war jedes mal die falsche richtung ein gutes bein zehn sekunden bis zum einsatz fünf sekunden bis einsatz in den hier holger biogefahrgutbehälter lokalisiert weiter zu seiner position zum einschießen aber romegranate rein die von wo links oben harte ich spring mal herunter dann machen ein gegner verbleibt danke gut damit hätten wir an 30 wollen wir noch einen dran hängen und da sind wir auch wieder zurück wir hängen euch jetzt noch eine folge rekruten troll hinten dran mal schauen ob wir den genauso schnell gewinnen wie die erste runde und ja das team immer noch in der selben besetzung das heißt immer noch mit stefan felix eric und nico unterwegs gesagt wie der deutsche punkte stacheldraht und nitro handy so kriegen wir hin mal gucken ob die genauso viel spaß verstehen ich bin ehrlich ich warte eigentlich drauf dass wir mit einem einem rekruten toll in einem rekruten toll reinlaufen das wäre lustig das wäre natürlich mega geil alter du blödes ding meinte ich würde die treffen habe ich zwar jetzt so gefühlt den kompletten boden aufgemacht das so schlau war dass wir den drop off gemacht haben alter wie viel stacheldraht hier oben ja scheiße wo am job ich sehen konnte ihn sehen hinter mir hinter mir von oben von oben von oben warte drop von oben ich weiß nicht wo jeder ist da ich gucke treffer einfach dass wir keine hochgaben jetzt kommt diese twitch drohne noch oder was ich bin da und kriegst du weg nein ich bin da und ich bin tot das ist aber der typ von oben gewesen ein gegner verbleibt noch etwas auf dem drop nitro eingeschossen wollen wir es noch um sehr geil hoch die gräuche alle gegner gegen hier ach da war er ja so ich hab einfach aufs wandel hoch geschossen wir hätten sogar fast getroffen wir einfach gewartet hat und nichts gemacht hat so deutsche pumpe wieder ja so und nicht anders aber er hat auch zwei assist das muss man mal so nico wo müssen wir hin schilder auch mal raus und hab ich glaube die zimmer bibliothek aha ich hab sie bibliothek und ich schiller hat aber vorher gecallt stefan das geht leider nicht an dich ja fast ok oh oh frost macht mit ne 10 sekunden bis zum einsatz meine drohe oh wer hat denn da die granate geworfen ha 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 ich bin ein felix-daugtist weißt du ich sehe da nur noch das das war ein symbol achten granate komm jetzt hier nix nico du stehst direkt vor mir oder ist da nix da rechts am fenster schiller fenster hab ich aufgemacht ernsthaft genau in dem moment ich lade munition nach au läuft von links irgendwo der ist rausgefallen fick dich wenn das habe ich der hat auch mit deutscher pumpe äh jäger ich wechsle magazine den raum sichern und den biobehälter schützen ich lade munition nach da wird sicherung des raumes einstellen ich lade nach alles was passiert am fenster habe ich keinen mehr gesehen was kann hier爸 laut die Was ist das? ist unter dir ich habe es ja nicht mal kommen sehen links so ungefähr hat sie mich auch weg gehauen aber sie hatte ich gehört hat gereicht gut den raum sicher wir müssen den behälter schützen nicht alles aufreißen nicht alles aufreißen macht hier zu macht die vorderse zu ich bin fertig mit dem platz hier noch eine wand wo brauchen wir noch eine wand eine habe ich noch ja ich hab auch noch eine es bleiben zehn sekunden bitte ohne dauer noch fünf sekunden die gegner haben die genüge farb und der händler lokalisiert wo das war knapp weißt du ja ich hätte auch beinahe dich gehabt schweißig warte mal hat einer vielleicht das fenster aufgemacht im raum ich habe das für dich auch gut da ist noch was von hinten kommt was ich lade munition nach und haupttür Hey Felix, da kommt der noch! Hier, 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 der hat sich da hingelegt. Nee! Ja, weil wir das hier vier schmolzen. Warte, ich geh von hinten. Ich geh von hinten. Ja, ich bleib hier. Achtung! Armraum! Was? Hier ist mein Kopf. Erich? Ja. Wenn der jetzt nach links läuft. Ich bräuchte immer Hilfe. Die hat immer viel Leben. Hier ist die Twitch. Stefan. Nimm Curry. Oh, ist noch da. Na, wie ich das hin? Ach, von hinten. Ah, schade. Oh! Hier! Da! Auf gelbem Ping! Klang wie der Robin ist. Wo bitte? Wo ist er im Raum? Ich bin im Raum. Witzig haben wir hier unter dir. Mhm. Ciao. Ja. Sie haben ihre Versuche den Behälter zu sichern eingestellt. Das gibt's! Schlag! Double Kill! Double Kill! Ihr habt euch gegenseitig. Ja, ja. Aber laut Anzeige hat er mich zuerst. Nee, nee. Aber ich kann's vergessen, dass man in den Spiel nicht hüpfen kann. Ich will den ganzen X-Bam. Achso, du warst das letzte Jahr noch am Leben, oder was? Richtig. Wenn den Down schießt, und wenn er der letzte ist, du den Down schießt, naja, dann hat er verloren. Solange er nicht im Raum ist. Doch, doch, er war im Raum. Nee, war er nicht. Dann hätte er gesichert. Ich war doch im Raum. Ich habe ihn doch im Raum getötet. Ja, aber dann hätte er gesichert, wenn er down wäre. Also hast du ihn getötet. Achso, ja, ja. Moment, wo ist Nico? Ich weiß einfach nur Nico hinterher. Nee, nee, Nico. Nico hat wieder gefunden. Ach, lass doch meine Drohne leben, meine Güte. Ja? Alles klar, Digga. Wir machen jetzt die Tage noch mal. Zehn Sekunden ist Einsatz. Mann, Schabon. Einsatz sind fünf Sekunden. Oh, die spielen mit, Alter, ist geil. Drohne bereit für den Einsatz. Ich weiß wo er ist, erinnerst du jetzt da wo du vorhin gesessen hast Felix, oben, ohne mir den Boden zu machen. Ja, warte. Ich will hier keinen Stress. Da oben sitzt einer schon, überwürdig. Aua! Das gibt's doch nicht! Unten, linke Fenster neben der Tür. Oh, er hat so lucky meinen Kopf getroffen. Rechts ist einer und im linken Fenster ist auch einer. Ja, du Pfotzer, Alter! Erik, ich kann die Kämmer nicht drücken. Vorsicht, links in dem Fenster aber auch. Achtung, C4! Erik, kannst du deine Kämmer bitte schnell drehen? Warte. Ich glaube, der ist rausgeraden, Schiller. Der ist wieder oben. Da ist er! Ich komme! Au! Hinter mir! Ich bin richtig One-Hit! Der Schiller ist gleich los! Da, Fenster! Ah, genau! Hier hat der mich jetzt bitte geholt. Von hinten! Echt? Ne, da! Pass auf! Da, ja doch! Geh, Leute! Gut! Dann greifen wir wieder an. Bisher haben wir ja, glaube ich, Angriff jedes Mal gewonnen. Angriff? Ne, verloren. Echt? Ähm. Ach stimmt, wir haben eben auch angegriffen. Okay. Wir machen es so. Ihr rekruten. Nehmt, was ihr wollt. Und ich nehme ein Glas und sag euch an, wo. Du darfst doch gerne weghauen. Ich probiere auch wegzuhauen. Wer nimmt da die Sniper? Bin ich schön. Alles klar. Alles klar. Nico, ich höre. Ich hab nix verstanden. Ich hab nix verstanden, außer mir gewöhnt. Felix. Das ist vollkommen egal. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Ey, der Tashanka hat Black Ice. Das ist cool. Ey. Ich hab so schön meine Drohne gedreht. Meine ging schneller. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Ob sie meine Drohne irgendwann finden? Noch fünf Sekunden. Möglich. Wir ping einfach mal ein bisschen. Ich ping die ganze Zeit. Weiter zu seiner Position. Was hab ich hier für Waffe, Alter? Boah. Ist ja fresh. Ne, also meine Drohne lebt noch. Ich ping noch ein bisschen weiter. Ein paar Punkte holen. Darkshelder. Und findet er sie? Findet er sie? Das ging, hier ging das Fenster kaputt. Gelogen da noch. Außen da. Hier nix. Jetzt hat er die Drohne. Wo ist er? Ähm, Felix? Ja. Ja. Arter Felix. Äh, findet man nicht. Schon wieder in dem Raum hier neben, oder was? Äh, aber ich geb den Kapp. Ich hab hier rechts vom Pool zu wissen. Ja, wenn ich mal. Hier? Bei Patrick? Ja. Keine Ahnung, wo der ist. Er war da. Ist abgehangen worden. Tag,全部. Zack, blö. Zack, blö. Ey, ich bin jetzt drinnen, Digga. Aaaaah. Lol. Ich komme... Schhh, schhh, schhh. Lass mich noch eins wollen, lass mal. Spring mal runter. ich hab den gegnern gesehen also irgendwas hat er oben gerade einen schlag getan daraufhin bin ich runtergefallen was mit meinem bein los die schieben die muss das fahrrad ich hab oben in der treppe gesehen eric ist er da und ne adis fascher da ist da von oben von oben von oben da habe ich doch gesagt dass auch mehr nutzt wenn nicht oder pult hat mich installiert ist bei mir hier hinten wendet aber ist fast tot also nur tashanka im raum ich wurde entdeckt ich bin im raum rennt um auf pink kommt da rein nur noch tashanka unter dir drunter links unter dir ja wie soll ich die denn unter mich schmeißen gegen die band gegen abkriegen lassen das hat er wieder gehört ja hauptsache irgendwas du könntest rein theoretisch auch dahinten der ecke links du musst aber was machen du hast nach 20 sekunden und verpacken springen spring einfach runter und gib ihm 15 sekunden da rechts ich hab ihn ja gesehen das ist ja nicht so das hätte ich nicht gesehen aber ich kann mich halt nicht mehr drehen tragisch schade ja mein gott positiv sehen die haben getryhardet und wir haben gebloot innerlich musstest du auch tryharden gibst du ich hätte gern noch geholt ja ich hätte das ding jetzt gern noch so gewonnen aber gut naja gut ich hoffe euch hat die folge spaß gemacht wir sehen uns dann ja irgendwann die nächsten tage wieder bis dahin ciao ciao So.